So, willkommen zurück zu einer weiteren Miro-Session. Wir schauen uns heute mal Bilder an, die ich gestern gemacht habe in Hamburg. Gestern war Samstag, heute ist Sonntag. Hier eine kleine Vorschau. Und zwar war ich ein bisschen in Hamburg unterwegs, ein bisschen Street-Photography machen. Mit David war ich mal wieder unterwegs. Und ich war mit meinem Rico Gers unterwegs, G3, G3X. Und ich habe mir gedacht, was mache ich denn heute? Ich wollte mich irgendwie herausfordern wieder ein bisschen. Und dann habe ich dieses Setup mitgenommen. Es gibt ja hier diesen Weitwinkelaufsatz für die G3. Nennt sich GW-4. Und das macht aus der G3, die ja 28mm äquivalent hat als Brennweite, macht daraus 21mm. Und das ist schon ziemlich weitwinklig. Und ich benutze diesen Aufsatz so gut wie gar nicht. Ich glaube, ich habe den nur einmal benutzt in Berlin. Und eigentlich war ich ganz zufrieden mit den Bildern, aber irgendwie war mir das immer zu weit. Und dann habe ich einfach, ich habe es einfach nicht mehr benutzt, weil die Kamera wird ja auch größer. Zusätzlich habe ich gedacht, was kann ich noch machen, was ich sonst nicht mache? Und ich habe doch tatsächlich einen Blitz mitgenommen. Das ist der, der Blitz heißt Flash Q Q20 Nummer 2. Ist sehr beliebt unter Rico Fotografen oder Fotografinnen. Denn vielleicht kennt ihr den, vielleicht kennt ihr den nicht. Den kann man natürlich ganz normal auf den Hotschuh stecken. Und er lässt sich aber auch kabellos auslösen. Und funktioniert so. Ich habe natürlich jetzt keine Batterie in der Kamera. Na toll. Naja, jedenfalls ist es ein voll manueller Blitz. Du stellst die Stärke hinten ein. Und er ist nicht ganz so weitwinklig. Du musst schon ziemlich genau zielen. Aber das Coole ist halt, du kannst ganz schnell auslösen oder den Blitz von der Kamera nehmen und dann, ja, versetzt auslösen. Und ich habe ja ein Video auf diesem Kanal vor einer Weile mal hochgeladen, wo ich ganz spontan darüber geredet habe, wie ich nie mit Blitz fotografiere und warum ich es auch nie machen möchte und warum ich es nicht mag. Und ich muss heute gestehen, das war ein Fehler. Ja, dieses Video ist jetzt, um euch zu zeigen, wie ich auch mich selbst, wie ich auch reflektieren kann und selber auch merke, wie ich manchmal Fehler mache. Niemand ist ja perfekt und ich schon gar nicht. Und um es zusammenfassend kurz, ich habe mich, also seit ich Street-Photography mache, habe ich gemerkt, ich brauche den Blitz eigentlich so gut wie gar nicht und irgendwie mochte ich die Ästhetik nicht. Zumindest das, was ich mit Blitz fotografiert habe. Bei anderen Street-Photografen und Fotografin fand ich das immer ästhetisch eigentlich immer ganz nett, wenn jemand Blitz benutzt hat. Es gibt aber für mich Fotografie, die mit Blitz irgendwie nicht so schön aussieht und Fotografie, die mit Blitz trotzdem noch natürlich aussieht und irgendwie auch passend. Und es gab verschiedene Auslöser für diesen Prozess, dass ich jetzt wieder ein bisschen mit Blitz fotografieren möchte. Und zwar, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesehen habe. Aber irgendwie habe ich mehrere Sachen mir angeschaut. Ich lese auch gerade, während ich im Kindergarten bin, Bücher über Fotografie, weil ich einfach nichts anderes zu tun habe. Ich muss meinen Sohn eingewöhnen gerade und darf nicht mit ihm spielen. Deswegen sitze ich in der Ecke und lese Bücher. Und immer wieder kommt, gerade so bei älteren Büchern über Fotografie, kommt oft das Thema Fill Flash. Also Blitz, um einen Schatten aufzuhellen. Und ich war ja neulich beim Erntedankfest in Kirchwerda fotografieren. Habt ihr vielleicht dieses Video, das ich dazu hochgeladen habe, ja gesehen. Und da war ich bei einem Festumzug dabei, habe Fotos gemacht. Und es war schönes Wetter, die Sonne hat geknallt. Aber das war auch gleichzeitig das Problem. Es gab halt harte Schatten im Gesicht. Und ich weiß jetzt, dass die Bilder besser geworden wären, hätte ich einen Blitz dabei gehabt, um zumindest die Gesichter aufzuhellen. Und das war der erste Moment nach diesem Shoot oder nach diesem Tag. Habe ich mir die Bilder angeguckt und gedacht, eigentlich ist ja Blitz genau für sowas gut. Und dann habe ich mir vorgenommen, okay, beim nächsten Mal, wenn so ein gutes Wetter ist, nehme ich Blitz mit, um aufzuhellen. Und dann habe ich irgendeinen Podcast gehört oder ich weiß nicht, ob ich auch ein Buch gelesen habe, aber irgendwer hat geredet über seine Erfahrungen als Zeitungsfotograf früher in den 60ern, 70ern oder so. Und da kam immer wieder irgendwie der Spruch auf, dass die Redaktionen immer zu den Fotografen gesagt haben sollen, dass sie immer Filflash brauchen. Also benutze Filflash. Also ihr müsst, haben immer, die haben anscheinend die Fotografen immer mehrmals daran erinnert, vergesst nicht den Blitz mitzunehmen, damit man natürlich auch sieht, was fotografiert wird. Und wenn man bei ganz tollem Sonnenlicht fotografiert und das Motiv ist im Schatten oder jemand hat einen Hut auf, dann ist der Schatten über die Augen und man sieht die Augen nicht mehr, dann muss man einen Blitz benutzen, damit man das Gesicht wieder sieht. Und als ich, also bevor ich mit Street angefangen habe, das ist ja schon über zehn Jahre her, habe ich tatsächlich viel mit Blitz fotografiert, aber oft gegen eine Decke oder eine Wand und dann sozusagen so ein, wie nennt man es auf Deutsch, naja, Bounce Flash. Also du schießt Flash in eine Richtung, also Blitz in eine Richtung und es kommt zurückgeprallt aufs Motiv. Und das fand ich früher ästhetisch schöner als direkter Blitz, harter Blitz von vorne. Naja, und dann habe ich später aber auch einen Blitz, so einen Diffuser oder irgendwas Weiches, so Milchiges vor dem Blitz manchmal geklebt auch, damit der Blitz weicher wird. Und dann habe ich auch von vorne geblitzt und das war auch in Ordnung. Und das habe ich bei Hochzeiten gemacht, das habe ich bei Veranstaltungen gemacht, das habe ich auch für private Projekte gemacht. Ich glaube, mein erstes Reportageprojekt, das war auf meiner Webseite, dieses mit den Musikstudenten, und da habe ich sehr oft Blitz benutzt, weil ich das so abgeguckt habe von einem Dozenten von mir, der auch Fotojournalist war und seine Bilder waren immer mit Blitz. Ich dachte, da muss ich das auch machen. Und für mich haben die Bilder aber danach irgendwie so einen Magazin-Editorial-Charakter gehabt und ich fand es dann weniger natürlich. Und gerade bei der Street-Fotografie fragst du ja auch nicht nach Erlaubnis, du schießt einfach das, was vor dir ist. Und da dachte ich immer, ich will es möglichst natürlich lassen und wenn das Licht halt nicht so gut ist, dann muss ich halt mich bewegen und irgendwie einen guten Winkel finden oder auf schöneres Licht warten. Und wenn ich schönes Licht habe, dann umso mehr muss ich es dann nutzen. Und deswegen habe ich so nach und nach immer wieder weniger mit Blitz fotografiert oder eigentlich relativ früh schon gesagt, ich mache Street nur ohne Blitz. und deswegen habe ich neulich dieses Video auf meinem Kanal hier hochgeladen, wo ich mir nochmal bestätigen wollte, dass ich Blitz nicht brauche. So, jetzt sitze ich aber hier und sehe die Bilder von Samstag, wo ich jetzt mal ausnahmsweise ein Blitz wieder benutzt habe und merke jetzt, verdammt, so ein Blitz ist doch schon ganz schön nützlich. Und ich weiß nicht, wie man mit Blitz fotografiert ist. Es ist keine Sache von, es ist schwierig für mich, ich weiß nicht, wie es funktioniert, sondern ich habe es ja lange gemacht und habe es ja bewusst nicht benutzt. Und wir gucken uns gleich die Bilder an. Ich erzähle euch aber jetzt kurz mal, was passiert ist oder wie ich Blitz benutze an der Rico. Also, dieser Blitz ist meistens drauf und die meisten Bilder sind so gemacht, dass ich so leicht von oben links runter geblitzt habe, aber nie so richtig weit weg, weil es sieht auch irgendwie nicht natürlich aus, wenn der Blitz plötzlich von irgendeiner Seite kommt, wo gar kein Licht herkommen sollte. Ihr werdet aber gleich Bilder sehen, wo das auch so der Fall war. Und manchmal habe ich auch Blitz benutzt, einfach obendrauf. Und alles manuell hier und die Kamera ist so eingestellt, dass ich, ich mag das so ganz gerne, vielleicht ist es doch gar nicht mal so schlecht, dass ich jetzt schon mal so ein bisschen in Bilder reingehe. Ich mag es zum Beispiel ganz gerne, wenn auch ein bisschen das Bild verschwommen ist, also Bewegungsunschärfe hat, aber das Motiv dadurch, dass es angeblitzt wird, scharf wird. Für mich gibt das so ein bisschen so einen analogen Touch. Also, es ist jetzt alles digital, der ist schwarz-weiß, aber wenn ich das so sehe, kann ich mir vorstellen, also wenn ich, ich weiß, wie Bilder aussehen, analog 35 Millimeter mit Blitz, das sieht schon ziemlich ähnlich so aus, wenn man dieselben Einstellungen benutzt. Und es, es sieht nicht so perfekt aus, ne, aber ich mag das eigentlich ganz gerne. Oder hier seht ihr das auch an der Schulter hier, wie das so weich wird, weil der Blitz da nicht um die Ecke kommt. Und das ist so ein Look, den ich schon immer ganz cool fand. Und das setzt auch nochmal, ihr seht, dann der Hintergrund ist jetzt dadurch so ein bisschen unscharf. Das ist ja, ich glaube, ich habe Blende 8 benutzt oder so, ne. Das müsste also gar nicht unscharf werden hier. Aber dadurch, dass es halt Bewegungsunschärfe gibt, wirkt es so ein bisschen, als wären, als würden die Vordergrund-Motive nochmal, noch mehr herausstechen, ne. Ähm, genau. Und Belichtungszeit war wahrscheinlich, müsste so 80. gewesen sein. 60. oder 80. Also nicht über 100. Ein Hundertstel. Und, äh, klar, je weiter weg dein Motiv ist, desto kürzer muss die Belichtungszeit wieder werden, weil sonst wird der Blitz nicht stark genug sein und dann wird es dein Motiv verwackelt. Ähm, und dieser Blitz hier ist auch nicht so stark, dass du wirklich in die Ferne schießen kannst. Ähm, so. Und, genau, Blende 2 und ISO, äh, wenn ihr euch gar nicht mit Blitzen auskennt, ähm, der, der ISO-Wert bestimmt, ähm, wie viel Hintergrund, ähm, Ambiente ihr drin im Bild habt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ISO 100 genommen hätte, mit bei Blende 8 und ein 60. oder 80. Dann wäre der Hintergrund ziemlich dunkel, vielleicht sogar schwarz. Ich denke mal, man würde noch was erkennen, aber er wäre nicht so hell wie hier. Und, ähm, hinten an der Kamera kann man ja genau sehen, wie die Belichtung dann aussieht ohne Blitz. Und da stelle ich halt den ISO-Wert so ein, dass ich so eine Grundhelligkeit erreiche, die ich gerne hätte. Und ich benutze den Blitz dann eigentlich nur noch, um das Motiv aufzuhellen. Ich mag es zum Beispiel, mag keine Bilder, na gut, man, es gibt Ausnahmen, ja, es gibt Fotografen, da finde ich die Bilder super, aber bei mir selbst habe ich gemerkt, ich bin kein großer Fan von komplett Hintergrund im Dunkeln versickern lassen und dann das Motiv aufgeblitzt, äh, aufgehellt. Ich, ich habe es gerne, dass man den Hintergrund noch sieht. So, warte mal, gehen wir mal zurück hier. Hier zum Beispiel, da war ich, äh, auf dem Rathausplatz. Ich glaube, Hamburger würden jetzt nicht sofort erkennen, wo das ist, aber das ist tatsächlich der Rathausplatz. Und da steht ja so diese Statue. Und dann habe ich hier mal, äh, den Blitz auf, äh, volle Kanne, also volle Pulle aufgedreht, auf, ähm, ja, volle Stärke. Und, ähm, die, die Möwe hier, oder der Vogel hier, der, der war bestimmt so 10 Meter entfernt von mir. Oder 10, 15 Meter vielleicht. Das heißt, es, es hat gerade noch gereicht. Ähm, ich habe aber hier ein bisschen, muss ich zugeben, die Statuen und hier die Bäume ein bisschen aufgehellt mit Photoshop. Oh, hängt mich, er hängt mich, ich habe Photoshop benutzt. Wäre ja beim Analogfotografieren nicht anders, da würdest du einfach ein bisschen wedeln oder ab, abblenden. Genau. Und hier sind so ein paar Fotos von David. Ähm, genau, das ist David, falls ihr immer euch fragt, wer ist dieser David, von dem er immer redet. Ähm, und hier habe ich ihn mal angeblitzt. Und man sieht hier schon, der Blitz war gar nicht so stark. Man muss dann immer, beim manuellen Blitz muss halt mal ein bisschen testen. Und je dichter man geht, desto stärker wird es natürlich. Und, naja, das Licht ist schon hart. Ich habe hier aber, das sieht man jetzt hier nicht so gut, und ich habe so ein kleines, so ein milchiges Folie, habe ich, ähm, draufgeklebt. Ich glaube, ich werde mir noch irgendwas anschaffen, um das noch ein bisschen weicher zu machen. Hier sieht man ganz gut, wie ich den Blitz, ne, von, von links ein bisschen, von links kommen lassen habe. Wenn man das aber übertreibt, und das sieht man ja hier jetzt, dann kriegt man auch diese harten Schatten, die man ja sonst bei hartem Sonnenlicht auch kriegt, ne. Hier, sein rechtes Auge ist schon gar nicht mehr richtig zu sehen. Das heißt, wenn man das weiß, muss man natürlich den Blitz auch so halten, dass man nicht zu viele Schatten verursacht, ne. Kommt nochmal drauf an, was man ja erreichen möchte. Okay, kommen wir jetzt zu dieser Szene, äh, das war auch wieder so eine Sache, ne. David und ich, wir waren so, okay, ich glaube, das war's, der Tag ist durch. Es hat auch die ganze Zeit genieselt. Es war auch schon echt dunkel. Also, es wird ja jetzt langsam wieder dunkler, ne, je weiter wir in den Winter reingeraten. Und dann meinte ich noch zu ihm, komm, lass mal nochmal runter, ähm, hier am Stieg bei der Alster. Da gibt es so einen Steg, wo, äh, oft Leute so mit den, äh, Möwen spielen. Und da haben wir von Weitem gesehen, da ist ein bisschen was los. Und dachte mir, ja, lass uns doch mal gucken. So, das ist so das Letzte und danach gehen wir nach Hause. Und, ähm, ich hatte meinen Blitz an meiner Rico GA3 sowieso die ganze Zeit drauf und hab mit meiner GA3X ohne Blitz fotografiert. Und das ist ja auch so eine Sache, wenn du Street machst in Hamburg, also in Deutschland allgemein, mit Blitz, da musst du dich schon, äh, überwinden und davon, also musst du schon vorbereitet sein und musst es in Kauf nehmen, dass man vielleicht es nicht möchte oder dich konfrontiert. Und deswegen dachte ich auch so, hm, Blitzen, Street mit Blitz. Kommt immer auf die Situation an. Hier war es tatsächlich so, und ich gehe mal ein bisschen weiter, da war nämlich so eine Frau, da, also, da war eine Frau mit ihrem Mann und ihr Sohn war auch da. Und die Frau hat, äh, die ganze Zeit versucht, dass die, ähm, dass die Möwen auf ihr Kopf landen, ne? Also, hier sich hinsetzen. Und sie hat so Brotstücke genommen und so auf ihrem, auf ihre Mütze gelegt, hat so darauf gewartet. Und ich hab angefangen zu fotografieren. Natürlich hier seht ihr, ich hab erstmal runterfotografiert auf die Möwen. Da bin ich hier runtergegangen. und hab so ein bisschen geguckt, wie sieht das überhaupt aus, wenn ich hier blitze. Hab dann gemerkt, oh, ist doch ganz cool. Und, äh, ihr Mann hat auch, äh, Fotos von ihr gemacht. Und sie hat mich auch natürlich gesehen. Äh, ich war jetzt auch nicht weit weg. Und sie hat den Blitz auch gesehen. Aber sie hat, äh, weißt du, der Moment war gerade so, alle waren in guter Stimmung. Und sie hat irgendwie so gelacht und so, ah, äh, guck mal, die kommen, mach ein Foto schnell. Äh, das heißt, ich war ziemlich lange dort, also, ich weiß nicht, das Ganze ging vielleicht 10, 15 Minuten. Und ich stand da die ganze Zeit, hab mich hingehockt, wieder aufgestanden, hab gewartet. Ich hab auch oft geblitzt, wenn sie die Augen zugemacht hat. Ist auch so ein kleiner Trick. So ein sneaky Trick. Also wenn Augen nicht so wichtig sind für euer Foto, dann kann man oft auf so einen Moment warten, wenn jemand Augen zuhört und dann blitzen. Dann bekommt es vielleicht das Motiv nicht mit. Hier seht ihr jetzt als Beispiel, wie das aussieht ohne Blitz. Weil, ähm, der Blitz nicht schnell genug hier aufgeladen war. Naja, und dann, äh, hab ich weitergemacht. Ähm, das find ich auch ganz cool hier eigentlich. Da ist sie so ein bisschen ausgewichen, ne? Sieht man ja hier. Und, was mir dann da auffiel, aha, okay, mein Bild war ja leicht unterbelichtet, aber dadurch, dass ich blitze, äh, werden diese ganzen Möwen natürlich heller. Das heißt, man sieht sie ja viel deutlicher als ohne Blitz. Und man sieht sie auch scharf. Oh, dann hat sie hier so Brotstücke hochgeworfen, ne? Kann man ja ganz gut sehen. Und jetzt kann man hier nochmal auf die, äh, Flügel achten. Das ist nämlich hier, wenn ich jetzt hier mit einer 60. oder 80. fotografiere und dann blitze, dann wird alles, was vom Blitz getroffen wird, ja scharf, ne? Und alles, was nicht vom Blitz getroffen wird, ähm, aber sich bewegt hat, wird dann natürlich unscharf, ne? Also das, was hier schwarz ist, ist halt eine Stelle, die nicht vom Blitz getroffen wurde. Oder so ein Nachziehen vielleicht vom Flügel. Und das, ähm, das gibt halt diese Bewegungsunschärfe, aber trotzdem ist das Motiv noch scharf. Und das finde ich eigentlich ganz, also finde ich, finde ich, sieht ganz gut aus. Hier sieht man das auch ganz gut, weil das halt Bewegung, ähm, andeutet, ne? Trotzdem ist halt alles scharf. Und hier, ja, jetzt hat sie es geschafft. Die, äh, Möwen sind auf ihr Kopf, äh, haben sich auf ihr Kopf hingesetzt. Und dann hier postet sie gerade für ihren Mann, der hat fotografiert, ne? Und, äh, ich bin ganz froh mit diesem Bild hier. Ich glaube, ich hab's, ja, ich hab's heute auch auf Instagram gepostet. Ausnahmsweise mal was hochgeladen, was ich vor kurzem gemacht hab. Und hier gefällt mir extrem gut, ne? Das ist natürlich jetzt Zufall. Das ist jetzt, hat nichts mit meinem Können zu tun. Ich hab ja nur drauf geachtet, dass, dass sie hier im Bild ist und wo sie im Bild ist und dass möglichst viele Möwen vor ihr sind. Dass hier natürlich noch diese zwei hier so schön, äh, oben das Bild füllen, das, äh, konnte ich natürlich nicht planen. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt sagen und behaupten, ja, ich hab da was gespürt oder so. Aber ich, ich bin ehrlich und sag, ja, das ist jetzt ein Glückstreffer gewesen, was da, was da oben noch ist. Weil das Ganze dann so, so ein, so eine Rundung kriegt, ne? Das geht halt so ein bisschen so im Kreis hier. Und das find ich ganz, ganz nett. Sie ist auch hier relativ gut in dem goldenen Schnitt, ne? Was ich jetzt vielleicht unterberufs gemacht hab, muss ich zugeben. Und, ich bin ja jetzt hier bei 21 Millimeter, aber das Bild fühlt sich gar nicht so weitwinklig an, weil ich sie relativ mittig platziert hab. Das heißt, da ist wenig Verzerrung. Und, äh, Hochformat. Das heißt, zu den, an den Seiten hin auch weniger Verzerrung. Wenn jetzt hier oben hier eine Möwe wäre, ne? Würde sie noch mehr verzerrt. Aber hier sieht man schon, der Flügel wird hier ein bisschen lang gezogen, ne? Das liegt natürlich an dem Weitwinkel jetzt. Upsala. Machen wir mal diese Linien weg. Okay. So, aber ohne Blitz, das, also wir sehen auch gleich ein paar Beispiele vom gleichen Motiv ohne Blitz. Ohne Blitz wären das einfach nur schwarze Flecken, so wie hier im Hintergrund, ne? Und sie wäre auch gar nicht so sichtbar wie hier. Das ist auch ein ganz, äh, cooler Moment für mich, finde, also finde ich, weil die, die, die Möwen hier, ne? Wie sieht so, das sieht so aus, als ob sie um ihr Kopf sich so drehen, herumschwirren. Und diese Möwe hier ist natürlich cool, ne? Weil die sieht so aus, ob sie sich gerade bereit macht, sich hinzusetzen. Und die, also die Möwe hier, die ist auch cool, ne? Das sieht so aus, ob die sich irgendwie von der Seite, äh, ernährt. Und, ähm, ja, das ist natürlich, in so einem Moment kann man nichts anderes machen, als viele Bilder zu machen und hoffen, dass da so ein Moment vorbei rauskommt. Und, naja. Hier. Hier ist eins ohne Blitz, ne? Ganz andere Stimmung. Die Möwen werden zu Silhouetten. Was man auch, ähm, benutzen kann, ne? Das kann auch, äh, kann auch, man kann auch ein gutes Bild machen, ohne Blitz natürlich, wenn man dann gezielt die Möwen nimmt, als eine, eine Art Silhouette vielleicht. Aber sobald man hier jetzt guckt, hier seht ihr schon, die lange Belichtungszeit macht die Möwen alle unscharf, ne? Ne? Wenn man Bewegungsunschärfe zeigen will, also hier die Flügel, ne? Das ist jetzt, dass er hier so flattert, das kommt eigentlich ganz gut rüber. Aber hier sieht man dann jetzt, die Möwen sind viel deutlicher zu erkennen und man hat trotzdem auch Bewegungsunschärfe, ne? Genau. Und jetzt kommen hier zwei Beispiele, das habe ich auf Instagram auch so hin und zurück, ähm, in meine, in meine Story geladen. Hier jetzt mal ohne Blitz und achtet mal so erst mal auf ihr Gesicht, ja, wie das aussieht und hier ihre Hand und die Möwe oben drauf. Die, die Grautöne von ihr sind ziemlich ähnlich mit dem Boden hier und wenn man so die Augen zukneift und das sich so unscharf anguckt, dann sticht sie nicht so heraus und die Möwen, die hier auf dem Wasser sind, das sind alles so schwarze Kleckse, ne? Und nur die Schwäne stechen ein bisschen heraus. Also das Auge guckt ja ganz gerne dann auf die hellsten Stellen und dann wären das hier ihre Schuhe und die Möwen, ne? Und da der Himmel auch so ein helles Grau ist, ist man auch wieder ein bisschen abgelenkt vom Motiv. So, und da, das war jetzt so ein Moment, da hat der Blitz nicht ausgelöst und hier haben wir jetzt mit Blitz und da fällt doch auf, ja, die Schwäne stechen immer noch heraus, weil die immer noch sehr hell sind. Der Hintergrund ist, wirkt jetzt dunkler. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich dunkler ist oder ob das nur so wirkt. Ich glaube, dass es tatsächlich einen Tick dunkler ist, aber macht nichts. Und man sieht jetzt ganz deutlich ihr Gesicht. Man sieht die Tauben gut. Die sind jetzt auch weiß. Ne? Und sie sticht noch weiter vom Hintergrund ab. Hier, die Hose. Guck dir mal die Hose an, ne? Die Hose. Es ist eigentlich ein ähnlicher Grauton hier wie der Boden. Und hier, die Hose ist total angeleuchtet, heller. So, ist jetzt die Richtung von wie der Blitz kommt ideal? Naja, man sieht ihr Gesicht, es ist eigentlich okay. Was man auch machen könnte, das wäre jetzt die nächste Stufe, wenn man jetzt übertreiben möchte. Ich hätte zum Beispiel David meinen Blitz geben können und hätte sagen können, geh mal, stell dich mal vor ihr und halt mal von oben runter. Dann würde es vielleicht so aussehen, als würde sie von einer Lampe getroffen werden. Und vielleicht sieht das dann sogar noch natürlicher aus. Mit sowas könnte man noch experimentieren, ne? Aber dann braucht man halt Hilfe oder muss den Blitz irgendwo verstecken. Okay, so, ich will jetzt auch nicht zu lange an den Bildern hängen. Hier ist noch, hier sieht man jetzt hier die ganze Familie und wie sie hier ein Foto machen, ne? Und, ja, ist auch ein netter Moment. Aber man sieht ja auch schon wieder, wie man jetzt, also ich vermisse hier wieder jetzt den Blitz. Weil alles, guck mal hier auf die Augen und so, alles geht so im Schatten unter. Es war auch wirklich eigentlich schon zu dunkel hier zum Fotografieren. Also zu dunkel, um Bewegung einzufrieren. Hier habe ich bewusst, wollte ich den Schwan ein bisschen richtig, also hell anblitzen und den Hintergrund dunkler machen. Das ist so ein netter Effekt, den man halt mal kreativ nutzen kann. Und tatsächlich ist es hier auch ausgefressen. Das kann ich auch nicht mehr retten, aber das war, das habe ich auch bewusst gemacht, ne? Aber das ist halt auch so ein, so ein, wie sagt man, so ein Trick, den man anwenden kann. Dann hier, hier sieht man wieder ganz gut, wie weit 21 Millimeter sind, ne? 28 Millimeter wäre jetzt vielleicht so, da müsste man vielleicht 20 oder 30 Prozent abschneiden noch am Rand. Und hier war der Blitz, äh, ich hätte den noch eine Stufe stärker einstellen können, aber dadurch, dass der Blitz jetzt gerade noch so stark genug war, um, äh, hier im Vordergrund die, die ältere Dame hier anzuleuchten und auch hier die Beine aufzuhellen, ne? Stichwort auffällen, wirkt das doch eigentlich ziemlich natürlich, oder? Also, es wirkt für mich jetzt gar nicht wie so ein Blitzfoto. Ähm, hier wirkt's, hier sieht man jetzt wieder deutlicher den Blitz und natürlich, man sieht hier sofort, ja, das ist natürlich geblitzt. Ja. Aber ist halt auch so ein Look, ne? Naja. Okay. Das soll's, äh, kurz und knapp gewesen sein, also, ähm, den ganzen Tag über habe ich jetzt nicht so spannende Bilder gemacht und dann gehen wir halt zu diesem Steg hier an der Alster und, äh, plötzlich war es genau, äh, richtig, dass ich den Blitz dabei hatte und, ähm, ja, bin auf jeden Fall froh mit der Ausbeute und werde jetzt tatsächlich den Blitz öfter mitnehmen, denn, äh, ich wäre schon ziemlich doof, ähm, Blitze, äh, komplett, ähm, ja, zu ignorieren und sie nicht kreativ zu nutzen und ich habe das Gefühl, dass ich, äh, faul geworden bin. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin, was Street angeht, faul geworden, das ist jetzt ein Thema, ein anderes Thema für, also ein Thema für ein anderes Video wieder, aber ich habe auch gemerkt, weil ich ja sehr oft mit der Z7 zum Beispiel fotografiere, da habe ich mehr, mehr Auflösung noch als mit den, mit den Ricos und dann kroppe ich doch schon ziemlich oft und ich bin ja eigentlich kein Feind von Kroppen, manchmal macht Kroppen mein Bild wirklich besser, aber die Disziplin, die, ich bin auch gerade immer noch so ein bisschen auf so einem Cartier-Bresson-Trip, weil ich jetzt auch wieder ein Buch von ihm durchgelesen habe in der Kita, der war ja so ein Befürworter von das Bild darf nicht gekroppt werden, damit man die Intention sieht und das, was ist, ist halt das, das, was der Sucher gesehen hat, das muss halt schon bleiben und dadurch, dass ich jetzt oder wir alle ja auch so viel Auflösung haben, das können wir wieder auf Leica prügeln, aber 60 Megapixel zum Beispiel und die Kuh, ja, sie kann jetzt ganz viel kroppen, ja, das ist praktisch, aber es macht die Fotografie oft nicht besser, denn ich merke das bei meinen eigenen Bildern, ich bin faul geworden, guckt euch mal das Video, wo ich über diese japanischen Marineleute und so geredet habe und die Bilder gezeigt habe, da waren einige auch gekroppt und ihr seht das vielleicht nicht, weil ihr ja nur die finalen Bilder gesehen habt, aber ich sehe, wo ich gekroppt habe, weil man natürlich auch, wenn man weit wenig fotografiert und dann viel kroppt, du hast Verzerrung auf einer Seite, auf der anderen nicht und so weiter und ich möchte wieder ein bisschen zurück auf mehr Mühe geben und doch noch mehr darauf achten, dass ich das Bild fülle und ich habe heute auch die ZF mal wieder benutzt, auch nur um meinen Sohn zu fotografieren, aber ich habe dann gemerkt, ja, die ZF mit den 24 Megapixeln, auch jetzt, weil ich wieder diese Rico-Bilder sehe und ich habe die Bilder hier jetzt runterskaliert, damit ihr, warte mal ganz kurz, wenn ihr das sehen wollt, zeige ich auch gerne auch kurz mal einen Crop, ich habe die runterskaliert hier für Miro, damit ich da schneller zoomen kann und sowas, aber die Auflösung 24 Megapixel ist sowas von ausreichend für Street, warte mal ganz kurz, ich muss hier ein paar Sachen auf meinem Desktop verdecken, damit ihr nicht zu viel Informationen seht, muss mal gucken, hier kann ich das jetzt, ja, so, hier habe ich mal kurz ein Bild aufgemacht, also das eine Bild und das sind jetzt die vollen 24 Megapixel und wenn man jetzt hier reingeht, na, jetzt mal reinzoomen, hier, einfach nochmal hier kurz parken, wozu braucht man hier noch mehr Auflösung, ne, also das ist doch schon scharf genug alles hier, man kann den Leder sehen, man kann das Muster hier sehen, also wozu brauchen wir noch mehr Auflösung, klar, wenn ich jetzt noch mehr reinzoomen würde, sieht man hier irgendwann so die Pixel, ne, aber, ähm, das kann man noch locker, äh, 70 mal 50 ausdrucken, oder auch hier, also, der, die taube ich auch, das ist genug, das sind genug Details, genau, okay, ja, und deswegen habe ich, äh, heute auch, als ich die ZDF wieder in Hand habe, gemerkt, die Bilder, die dabei rauskommen, ne, wenn ich jetzt diese Limitierung habe von, oh, nur 24 Megapixel, dann, möchte ich auch weniger crop natürlich und deswegen strenge ich mich ein bisschen mehr an, das Bild auch zu füllen und ich habe gemerkt, wenn ich mehr Megapixel, habe, dann, dann denke ich oft, ah, ich muss nicht näher rangehen, das crop ich später und tatsächlich, äh, fühlen sich die Bilder einfach anders an, wenn du wirklich dicht bist an deinem Motiv, dann fühlt sich das natürlich ganz anders an, als einfach nur rein zu cropen und, äh, deswegen, äh, jetzt wieder zurück zu 24 Megapixel und, äh, einfach ein bisschen näher rangehen und ich werde jetzt einfach auch öfter, ich glaube, weil der ist ja so klein hier, der Blitz, ich glaube, ich werde den jetzt immer mitnehmen, den kann ich auch auf meiner Nikon benutzen, einfach nur für den Fall, dass mal wieder so eine Situation kommt und ich merke, dass ich, äh, den Blitz brauche und dann werde ich ihn benutzen und hoffentlich werde ich ein bisschen besser werden und, äh, bin gespannt, ob ich jetzt, äh, viel, viel mehr blitzen werde als vorher, also das auf jeden Fall, aber ob ich jetzt auch wirklich, ähm, ja, das zu meinem Repertoire mache, sage ich mal und, ähm, ja, eigentlich kann ich jetzt aufhören, aber ich habe mir gerade, äh, gestern kam ein Buch an von Amazon, habe ich mir dieses Jahr bestellt, äh, das ist so eine Workshop-Serie, das ist jetzt ein Buch von, äh, Larry Fink und, äh, On Composition and Improvisation und das sind einfach so bestimmte Lehren zur Komposition mit seinen Bildern, ähm, und das ist eine ganz coole, äh, Reihe, kann ich euch empfehlen, obwohl das die erste, das erste Buch ist aus dieser Reihe, aber ich habe das von irgendwo anders mitbekommen, dass es wohl als cool zu sein scheint, da gibt es zu verschiedenen Themen solche Bücher und er hat ziemlich oft mit Blitz fotografiert und manchmal auch ohne und oft sind die Bilder, die er mit Blitz gemacht hat, zum Beispiel hier sieht man natürlich ganz klar Blitz und da ging es wahrscheinlich gar nicht anders, obwohl hier das könnte auch ohne Blitz sein, aber, ähm, ich versuche mal jetzt gute Beispiele rauszusuchen, früher hat man das einfach auch benutzt, weil es ging ja nicht anders und trotzdem, ähm, sind die Bilder manchmal echt schön auch mit Blitz, warte, da ist so ein Bild, das möchte ich jetzt echt mal schnell raus, so richtig spannend, auch hier ein Kapitel, ich habe es noch nicht gelesen, ich werde es morgen, während ich in der Kita bin, verschlingen, hier, The Zen in Digital und da schreibt er wie, äh, digitales Fotografieren ihn, äh, freier gemacht hat, ja, ja, die alten Meister wissen, äh, was Sinn macht und, äh, naja, sind alle glücklich mit digital, hier, super schönes Bild mit Blitz, ähm, total, äh, malerisch und macht total Sinn, ne, man muss halt wissen, wie, warte, eins suche ich euch noch raus und dann beenden wir dieses Video. Da war nämlich eins, da hat man nämlich, ähm, ja genau, hier die, diese beiden sind ganz schön und zwar, äh, hier, ne, das ist, äh, super, wie man die Gesichter sehen kann und wie weich das Licht ist, klar, man sieht jetzt hier einen harten Schatten oder hier auch, ohne Blitz, die Gesichter würden gar nicht so rüberkommen und gerade, wenn es um Menschen geht, äh, wenn du dann einen guten Moment eingefangen hast, aber das Licht ist blöd oder das Licht ist zu hart und die Augen sind schwarz, dann wird dir auch sowas von den, von den Emotionen weggenommen, ne, Naja, ich bin jedenfalls kein Anti, Anti, wie sag ich, Anti-Blitz-Fotograf mehr, ich werde jetzt mehr fotografieren mit Blitz und schau mal, was das mit meinen Bildern macht, ich bin auf jeden Fall gespannt, vielleicht kann das, hat das ja euch auch was gebracht, vielleicht, äh, motiviert euch das auch mal einen Blitz in die Hand zu nehmen oder, ich weiß ja, dass viele von euch auch blitzen, habt ihr mir auch unter dieses eine Video geschrieben und, äh, ja, ich habe was dazugelernt, auf jeden Fall am Samstag und, werde erstmal so weitermachen, okay, tschüss und wir sehen uns im nächsten Video.